Energiepreispauschale für Rentner. Werden Erwerbsminderungsrentner ausgeschlossen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Seitdem wir bekannt gegeben haben, dass es die Energiepreispauschale auch für Rentner geben soll, stehen die Telefone bei uns in der Kanzlei nicht mehr still. Wir bekommen massig Anfragen auch über Internet, Anfragen über Mails und so weiter. Leider ist es mir nicht möglich, jegliche oder sämtliche Anfragen und Telefonate hier entgegenzunehmen und auch zu beantworten. Dazu fehlt mir einfach die Zeit, aber ich werde selbstverständlich für die wichtigsten Fragen immer mal ein Video drehen. Unter anderem auch die Frage, die ich praktisch brandaktuell bekommen habe. Um 13.46 Uhr. Ich beziehe seit einem Jahr eine Erwerbsminderungsrente von rund 750 Euro im Monat. Erhalte ich dann auch die Energiepreispauschale von 300 Euro oder bin ich, weil ich EM-Rentner bin, ausgeschlossen davon? Also, die Frage muss ich mit kategorisch Nein beantworten. Das heißt also, Sie werden Anspruch auf die Energiepreispauschale haben. Es spielt gar keine Rolle, ob Sie Erwerbsminderungsrentner, Altersrentner oder hinterbliebenen Rentner sind. Grundsätzlich hat jeder ab dem 01.12.2022 Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale, der eine gesetzliche Rente erhält. So sieht es die Einigung der Regierung am 04.09.2022 vor. Es ist eindeutig. Aber ich warne, einen Doppelbezug der Energiepreispauschale wird es definitiv nicht geben. Wenn Sie also als Erwerbsminderungsrentner zum Beispiel am 01.09. einen Minijob hatten oder haben und Sie bekommen von Ihrem Arbeitgeber die 300 Euro schon ausgezahlt, dann haben Sie keinen Anspruch auf die Energiepreispauschale am 01.12.2022. Es gibt grundsätzlich keine doppelte Energiepreispauschale für einen Rentner. Daher bitte wahrheitsgemäße Angaben machen, wenn die Rentenversicherung hier auf Sie zukommt und eventuell danach fragt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel